Wenn ich ihn genommen habe, dann muss ich ihn sofort machen. Und dann hat es auch gesagt, man hat einen Abschnitt, dann hat er noch einen Wetterleggen. Dann hat es vielleicht zwei Wetterleggen, man hat drei Wetterleggen, man hat drei Wetterleggen. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich nicht möglich. Sollte Samplemente habe ich letzte mal die Forderleggen. gibt es noch ganz viele Wetterleggen. Sollte Samplemente